Letzte Woche kämpften sich 40 Athleten durch die stärkste Show Österreichs. Aber nicht alle kamen bis zum Ziel. Für einige ist der Traum geplatzt. Fünf Athleten haben es geschafft. Sie stehen im großen Finale. Heute 50 neue Athleten. Sie nennen mich den Pitbull und darum werde ich Ninja Warrior Austria. Ich bin Mathematiker und Sportler. Ich arbeite gerne mit den Kindern zusammen, weil es ist schon eine tolle Sache, wenn man Wissen weitergeben kann. Ninja Warrior! Wer hat die Kraft und den Wiss bis zum Wasser? Ich bin mit einer Sehbehinderung erkrankt. Heißt im Grunde genommen, ich habe zuerst 100% gesehen und bin dann eben auf knappe 10% over. Wer schafft es ins Finale? Jetzt bei Ninja Warrior Austria. gedreht Volle Ninja-Power! Hier ist Ninja Warrior Austria! Da ging es zum dritten Mal, dass wir die Muskeln spielen, ganz nach dem Motto, man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Ja, und der Kopf ist auch nicht ganz unwichtig bei der härtesten Show der Welt, denn nur wer alles mitbringt und wirklich alles gibt, der schafft es ins große Finale von Ninja Warrior Austria und geht mit 44.444 Euro nach Hause. Und das wird sicher kein Kindergeburtstag, das wird ein Ninja Geburtstag. Heute werden nämlich wieder Helden geboren. Und auch heute suchen wir wieder Gipfelstürmer. Wir brauchen Gipfelstürmer für den Mount Midorjama. Nur wer ihn bezwingt, ist ein echter Ninja Warrior. Wir haben neue Hindernisse, neue Athleten, aber einen alten Bekannten. Der schwarze Ninja zeigt uns, wie es geht. Also High Five, los geht's mit dem Fünffsprung. Badehose zu Hause lassen, nicht ins Wasser. Das Tor zum Glück und Glück hat der, der loslassen kann. Danach geht's wackelig weiter mit den Baumstämmen. Mit dem Seil ins Cargo-Netz. Nur nicht das Wasser berühren. Und dann holen wir die Disco-Kugel raus. Ab geht's in die Ninja-Variante von Pole Dance. Der Sprung in Richtung Wall. Drei Versuche. 4,25 Meter trennen die Kandidaten hier von der Bergstation. Und hier steht der Wasser. Hier ist die härteste Show Österreichs. Hier ist Ninja Warrior Oswald. Das Publikum kannst du auch schon nicht erwarten. Jetzt sagen wir legen los. Hier ist unser erster Kandidat. Das ist der Sound der der Polis. Das ist der Sound der der Polis. Ja hallo, mein Name ist Chantopaloglo. Ich bin 35 Jahre alt. Polizist. Und ich bin hier, um zu zeigen, dass auch Polizisten wirklich fit sind. Der Gordi. Von Gorilla. Kein Spitznamen. Ich schaue da raus wie in Gorilla. Ich klappe da. Das hat er spielerisch gemacht. Und das, obwohl wir ja wissen, dass er leicht verletzt ist. Aber momentan merkt man davon nichts. Jetzt also den Absprung beim Tor. Das ist leicht. Für den ehemaligen Judo. Hat er mal den Europameister Judo besiegt. Und marschiert da durch. Mit dem Seil ins Cargo-Netz. Und das Publikum nimmt da mit. Jetzt der Sprung ins Cargo-Netz. Hader. Das ist bislang keine Herausforderung für ihn. Das ist doch ein Ninja. Ein Typ, wie wir uns ihn wünschen. Körperbau. Guter Typ. Muskulös. Kämpfer. Fighter. Genau richtig hier. Und das ist beim Poledance. Da war der Peter. Freund, Trainer, Bruder. Alles in einer Person. Fiebert mit. Ganz gut kann ich. So. Jetzt nur nicht vergreifen. Seine Freunde von der Sange ist sehr chaotisch. Nur nicht den Überblick hier bei den Stangen verlieren. Er greift rüber. Aber er muss auch 81 Kilo oben halten. Und das ist manchmal schwer. Also er hat schon ein schönes Päckchen mit zu schleppen und er kämpft. Die Frage ist natürlich, wir wissen, er ist verletzt. Merkst du was? Bisher wenig, aber wie sieht es in ihm innen drin aus? Und er hat einfach die Kraft gefehlt. Und er hat einfach die Kraft gefehlt. Die große Frage ist jetzt natürlich, war es die Verletzung oder nicht. Ewig schade für. Er selbst wird es wissen. Du hast mir vorhin schon erzählt, du hast dich beim Aufwärmen verletzt. Ist die Verletzung vielleicht schuld daran, dass das jetzt nicht geklappt hat? Nein, das wäre eine Ausrede. Ehrlich gesagt, ich habe nicht die optimale Technik gefunden am Schluss. Vielleicht hätte ich springen sollen. Ansonsten, ja, das war das erste Mal und hat wirklich Spaß gemacht. So, jetzt wird's sexy. Hallo, ich bin die Gitti, ich bin 36 und I'm a natural born Pole Dancer. Dann schauen wir mal, ob die Gitti bis zum Pole Dance kommt. In den fünf Sprachen. Der große Hero ist Batman. So kurz. Mit dem habe ich gar nicht gehört. Vier Sekunden Bier. Was war da denn los? Wißt du, Wahnsinn, ich bin schockiert. Vielleicht hätte sie das mit dem Ausziehen lassen sollen. BAM BOOM! Grüß Gott, ich bin Oleksiyad Nolkin. Ich bin 26 Jahre alt, ja, und habe schon Europameisterschaft und Streetworkout gewonnen. Dieser Sport hilft nicht nur körperlich auch, sondern auch psychologische Entspannung täglich machen. Ja, ganz genau. Also meine psychologische Entspannung sieht genauso aus. Oleksiy, unser krainisches Kornetto. Tierarzt aus der Ukraine, also der Mann, den die Tiere vertraut. Also glaubst du wirklich, dass irgendein Tier dem Vertraut gibt? Panische Angst. Ich hätte mehr Angst als, aber gut, ja. Vielleicht haben wir einen Löwebis. Oleksiy, jetzt beim Tor. Hoffentlich zerdrückt das nicht mit all seiner europäischen Power. Das ist für ihn psychologisch Entspannung. Absprung nicht verpassen. Jetzt hängt er ab. Ja, und das heißt eigentlich, der ist raus. Unmöglich, dass er das noch schafft. Und am anderen Weise absolut unmöglich. Aber wenn das einer schafft, sag ich dir, dann Oleksiy. Hängen wir mal ein bisschen ab. Er findet einfach den Schlüssel nicht, den ukrainischen Schlüssel. You can do it, heißt das im Publikum. Auf dem ukrainischen Schlüsseldienst jetzt, dass er das schafft, macht das Tor. Oh, wir hängen ab. Ja, er resigniert. Nein, er schafft es nicht. Komm, probieren. Ja, sieht man, ja. Und weg ist er. Jetzt geht er breit. Wenigstens den Absprung. Ab und gehen. Aber eines ist klar, er ist der beste Ukrainer bei Ninja Warrior. Ja, absolut. Mein Lieblings-Ukrainer, Oleksiy. Hoffentlich sehen wir den mal wieder. Absolut. Ich mache Training weiter. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zu ganz Österreich. Wir sehen uns. Mein Name ist Martin Eichberger. Ich bin 32 Jahre alt. Ich liebe Motocross und Enduro. Und genauso werde ich hier den Parcours nehmen. Ride like the wind. Er bläst uns den Ninja Marsch. Martin Eichberger. Der hat sich schon mal schön verblasen. Hoffentlich ist er sportlich besser. So, jetzt muss man mal das Hemd an glauben. Sexy, sexy. Da macht ihr auf Bläserei und im Theater am Anfang springen wirklich weiter zum Tor. Wer weiß, was es heißt, im Mittelpunkt zu stehen. Er hat zwei Jahre im Burgtheater gearbeitet. Also auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Kennt er sich aus? Ja. Der Martin. Das passt gut zu Ninja Warrior. Der langsame Weg über die Baumstämme. Die Baumstämme erledigt. Kann man so machen, wenn es funktioniert. Hat es auch. Mountainbike laufen, Motocross. Das sind so seine sportlichen Betätigungsfelder. Sprung ins Cargonetz. Ja. Ada. Aufpassen aufs Wasser. Ein Perfektionist. Aber schau auf die Bauchmuskulatur. Wie die arbeitet. Sehr diszipliniert. Jeden Tag ein bisschen Sport, sagt er sich selbst. Eine Schwäche hat er, und zwar beim Lächeln seiner Freunde. Naja. Die lassen wir durch, gell? Absolut. Einer schreit sich alles aus seinem Körper im Publikum. Für den Martin. Zu Recht. Denn bislang ist er auch in einem richtig guten Weg. Und das Klettern, das gefällt ihm. Das macht viel Spaß. Und daher, ja, ist das Klettern eigentlich überhaupt kein Problem. Der Trompeter aus Mariasdorf ist schon fast durch, ist schon fast by the wall. Der bricht fast die Stangen ab. Schaut uns an wie die Wacken. Ja. Und jetzt. Die Wand wartet auf ihn. Der Erste, der es bis hierher heute schafft. Dreimal ganz tief eingeatmet. Vier, fünfundzwanzig, muss er jetzt rauf. Publikum ist da. Wenig Anlauf, das war zu wenig Anlauf. Zu langsam. Viel zu wenig Anlauf. Braucht er mehr Tempo. Also, Versuch zwei. Muss mehr Anlauf. Viel zu wenig Tempo. Schneller. Schneller. Noch einmal Kraft buddeln. Herr Langsam wieder. Wieder wenig. Aber es reicht. Herr Hals reicht. Wir begrüßen den Bläser. Also, der Parcours war okay. Was war los mit der Trompeten am Anfang? Das ist einfach die Nervosität. Großen Respekt. Das nächste Mal sucht ihr das richtige Lied aus. Dann wird das auch besser. Gratulation! Hallo, ich bin der Rheini. Ich bin 33 Jahre alt. und bin Mathematik- und Sportlehrer. Morgen! Ich arbeite gerne mit den Kindern zusammen, weil man bekommt auch sehr viel zurück. Und es ist schon eine tolle Sache, wenn man Wissen weitergeben kann. Ich glaube auch, dass es den Kindern gut gefällt, dass sie einen jungen Lehrer haben, der lange Haare hat. Dem hören sie dann schon auch gerne zu, glaube ich. Die Idee war, ich wollte irgendwas Gutes tun. Und es hat sich dieses große Tsunami-Unglück, das im Indischen Ozean war, zum zehnten Mal gejährt. Ich habe einen Verein gegründet, der heißt Little Foot. Das ist ein Verein für hilfsbedürftige Kinder. Beim ersten Mal war ich noch allein unterwegs. Das haben dann so viele Leute toll gefunden. Und das zweite Mal waren wir dann schon zu acht mit den Lehrerkollegen. Und das ist dann immer größer geworden. Und ich habe immer mehr Geld zusammenbekommen. Um eben einen Spendenkonto zu eröffnen, habe ich den Verein gegründet. Also ich schaue ein bisschen auf die Fitness. Ich bin jeden Tag eigentlich, ich habe zwei Einheiten. Ich bin laufen und gehe ins Fitnessstudio. Da ich ja 100 Meter Läufer bin und das ja eigentlich von der Schnellkraft lebt, glaube ich, dass ich mich diesen Eigenschaften da auftrunken kann. Ich werde ein Ninja Warrior, weil ich die volle Unterstützung meiner Klasse habe. Ninja Warrior! Die ganze 2A sitzt jetzt zu Hause und zittert und bübert mit ihrem Lehrer Scherz im Fünffsprung. Das kann beflügeln. Und das ist kein Scherz, was er uns da zeigt. Das ist einfach nur klasse und sehr schnell. Das Tor. Absprung mit der Klasse. Er ist weg. Der Absprung. Nein! Reinhard Scherz. Und der war so motiviert. Er hat sich so viel vorgenommen. Schau, wie er sich ärgert. Da bleibt die Tür zum Konferenzzimmer, zu unserer Finalkalifikation zu für ihn. Ewig schade. Dann grüßen wir doch jetzt einfach mal. Die 2A, die hier so einen lieben Gruß von ihrem Lehrer bekommt. Wo ist die Schule nochmal genau? Nimm mal. In der Steiermark. Das ist die NMS Deutsch-Weiß-Tritz. Ich liebe euch. Er liebt euch. Er hat es für euch gemacht. Und er tritt hoffentlich wieder an. Und wir sehen dich hoffentlich wieder. Ich bin die Jenny, bin 23 Jahre alt und spiele seit meinem 14. Lebensjahr im österreichischen Nationalgen Fußball. Und daher weiß ich, wie man Schwierigkeiten geschickt austrickst. Die EM, das Sommermärchen, hat die Jenny leider verpasst. Verletzungsbedingt. Das Tor war so weit offen. Ich muss ihn nur reinmachen. Ja, das Tor verfehlt. Paul Leitner, 28. Ab nur ein Taufer. Er ist eigentlich im Wasser zu Hause. Und jetzt muss er auf Wasser gehen. Er ist eigentlich angezogen. Das ist bitter. Hoffentlich taucht er wieder auf. Ja, sollten wir uns bei ihm keines Sagen machen. Was auch Linda klingt, klingelt schon am Tor, aber das ist eine Tertur. Das ist kein Kindergeburtstag, das ist Ninja Warrior Austria. Die hat dort die Schulter weg. Und Linda ist weg raus. Schade. Ich werde deswegen Ninja Warrior Austria Gewinner, weil ich als Doktor der Sportwissenschaften nicht nur hier, sondern auch hier habe. Der nächste, Dr. Payne. Ja, und so heißt er, weil er jeden über sein Limit bringt. Und das in seinem Bootcamp. Konzentration und er schafft. Ja, das ist ein Spachat durch und durch. Der macht eigentlich fast alles außer Fußballspielen. Ninja Turmel, natürlich. Das Spiel mit dem Publikum. Aber die Konzentration nicht verlieren. Das war zu viel Show. Das war zu viel Show und er wird sich selbst ärgern. Das war zu viel. Overpace. Der Patient stirbt den Ninja Turmel. Dr. Payne zurück ins Wartezimmer. Der nächste, bitte. Der nächste Jahr. Vielleicht nicht die Rippen, sondern den Kurs. Jetzt kommen wir zu dem Mann mit dem größten Fanclub hier heute Abend. Und zwar ist das der Thomas. Er hat zwölf Leute mitgebracht. Und diese zwölf Leute, wir zählen ihn jetzt ein. Also, es geht los. Drei, zwei, eins. Go! Thomas Oswald aus Wien. Und das ist das Schöne bei uns beim Ninja Warrior Ausführer. Vom Doktor direkt zum Müllmann. Alles ist bei uns dabei. Und trägt kein Orange heute. Orange ist nur die Müller-Kur. Aber der Thomas stylisch bei uns und schon beim Tor. Fitness und die Selbstverteidigung. Das sind sein Ding. Jetzt ist er beim Tor-Absprung. Er hat wieder fast mit dem Tor rübergeschmissen. Die Baumstämme. Ja, 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 wow, wow, wow. Einmal drüber gehechtet. Und das war richtig, richtig knapp. Da kann man schon mal als Müllmann ins Schwitzen kommen. Vielleicht ein bisschen Angstschweiß vom Cargonet in Wien. Schade. Bitter, bitter, bitter. Thomas Oswald scheitert beim Sprung ins Cargonet. Ein Schraubtipp. Für den Müllmann aus Wien. Hi, ich bin Peter Wieser, bin 27 und ich bin Peter der Löwe. Ich bin ein echter Vorarlberger Junge vom Land. Und ich werde euch heute meine Trainingsart zeigen. Was zählt, ist, wie man dabei aussieht. Ich werde heute den Stadtleiten zeigen, was ich draufhabe. So, Peter verabschiedet sich noch von seiner Freundin. Aber das ist hier nicht Titanic. Das ist Ninja Warrior. Gut gebrüllt, Peter. Na ja. Schmusekätzchen, oder? Unser Löwe will zubeißen und zeigen, was so ein Vorarlberger lausbobales drauf hat. Und das macht er richtig gut im Fünf-Sprung. Schauen wir mal, er ist schon beim Tor. Der Freundin hat sich vom Kussen erholt. Das schaut ganz, 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 ganz einfach aus. So. Oh, 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 oh. Erste, keine Unsicherheit. Viermal die Woche Training, weil es geil ist. Warum, weil es geil ist. Okay. So, Tarzan ist sein Lieblings-Set. Das sieht man hier. Schwingen, springen, alles kein Problem. Jane ist auf der Tribüne und zittert mit. Sie heißt Bianca. Ich hab dich verstanden. Das ist das Allerwichtigste. So, Feuer. Das heißt, er ist bei Bulldance. So. Eine Pirouette für die Freundin. Elegant. Er kommt nicht rüber. Er hat 1,85 von der Größe. Also von der Reichweite soll es eigentlich passen. Jetzt hat er auch die Technik. Er hilft ein bisschen mit den Füßen mit. Das darf er. Aber er ist weit unten. Und jetzt wird es schwierig. Er muss rauf. Sonst rutscht er ab. Jetzt noch rüberspringen. Nur noch rüberspringen. Er schaut aber in Ordnung aus. So. Herr Löwe. Es ist nur noch ein Katzensprung. Jetzt rauf zu uns. 4,25. Fahr dich rein aus und komm rauf zu uns. Das ist doch kein Problem für ihn. So. Peter Wieser. Das ist doch ein Sternzeichen, Herr Löwe. Oh. Das erste Hindernis, wo er jetzt Probleme hat. Er hat noch zwei Versuche. Publikum ist da. Selbstbewusstsein ebenfalls. Kommt. Zweiter Versuch von Peter Wieser. Jetzt aber. Hallo. Gratulation. Du hast von Anfang an wahnsinnig fokussiert, wahnsinnig konzentriert gewirkt. So wie, wie gesagt, das Gehege geht auf, der Löwe wird losgelassen, du fährst die Krallen aus. Entweder oder, sonst machen wir nichts. Ich bin der Kap Fabian, komme aus Knüttelfeld, bin 21 Jahre alt und habe ein eigenes Fitnessstudio in der EU. Ich bin mit 14 Jahren an einer Sehbehinderung erkrankt, sogenannte Morbus Dagat. Heißt im Grunde genommen, ich habe zuerst 100% gesehen und bin dann eben auf knappe 10% oben. Aber im Alltag muss ich zugeben, ist es im Grunde fast gar kein Problem. Ich habe meine gewissen Leselupen, Lesegeräte, Sehhilfen und alles was Thema Fitness ist, bin ich überhaupt nicht eingeschränkt. Jetzt habe ich mir im neberen Raum eben einen kleinen Parcours aufgebaut, wo ich eben mich darauf vorbereite. Und da trainiere ich jetzt derzeit fünf bis sechs Mal in der Woche. Ich schaffe den Parcours einfach deswegen besser wie andere, weil ich auch nicht die Willenskraft habe. Das ist für mich die perfekte Chance, der bewerbt, dass ich mir das selber beweisen kann, eben bezüglich meiner Augenkrankheit, dass ich mir mein Leben nichts im Weg stellen kann. Ich werde Ninja Warrior Austria, weil ich mir selbst beweisen möchte, dass kein Internist für mich zu groß ist. Ja, geile Einstellung, Riesenrespekt jetzt schon, Fabian Karpf. Und ab geht die wilde Farce. Sollte für ihn mit seinem 1,92 Körperlänge kein Problem sein. Ist es auch. Das ist ein Crossfitter, der hat den Parcours so ein bisschen nachgebaut im Garten und sagt schon in Hard to go home. Ja, also da ist alles gesagt. Und da ist er auch durch mit einer Leichtigkeit. Mit einer Leichtigkeit. Aufpassen da. Baumstämme sind eine Balance-Geschichte. Und sie hat er. Stark. Da war die Faust dabei. Ja, ich bin. Beim Seil und ab ins Kabel. Und er ist immer aufpassen, aufpassen. Er hat das Wasser berührt. Er hat das Wasser berührt. Und er ärgert sich, natürlich. Zurecht. Dann war er eigentlich schon durch, aber dann rutscht er ab. Und dann gibt es eine Abkühlung für ihn. Er hätte das Potenzial gehabt, hier zu uns draufzukommen. So, Alexander Czelic und seine Freunde nennen ihn nur Grisou, den Feuerwehrmann. Und ihr Grisou immer gesagt, ich will Feuerwehrmann werden. Ich will Ninja Warrior werden, heißt es bei uns. Bitte lass es sein. Mario, bitte. So, Kollege zieht sich mal aus. Bis jetzt war das Emotionalste in meinem Leben, die Verlobung mit meiner Freundin. Aber ich bin gespannt, ob Ninja Warrior das toppen kann. I'm on fire. Also wenn die Verlobung genauso emotional war, dann war es ein Kracher. Wir sind schon bei den Baumstärken. Fünf bis siebenmal die Woche Crossfit und Mountainbiking. Also fang aus. Jetzt haben wir die Baumstämme. Jawohl. Easy. Der Sprung ins Cargo-Netz wartet auf ihn. Für einen Feuerwehrmann soll das kein Problem sein. So. Oh, 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 oh. So, wie kommt er jetzt rüber? Ganz, ganz schwierig. So, und jetzt hängt er da. Oder nahezu unmöglich. Was jetzt? Also Grisou. Er kämpft. Er macht alles, was geht, aber eigentlich geht nicht mehr viel. Und er weiß es. Bisschen schwingen, paar Übungen. Aber er muss rüber ins Netz. Ach, das kann ihm einer sagen, er muss ins Netz rüber. Wenn er das noch schafft. Komm, 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 komm. Alex. Komm. Die Verlobte will ihn jetzt ins Netz rüber schreien. Er kann baumeln. Er schaukelt jetzt mal. Lass ihn schaukeln. Aber mir gefällt der Kampfgeist. Der hört nicht auf, der gibt nicht auf. Vor allem nicht abstoßen. Der muss von dem Seil ins Netz. Der hat sich erledigt. Grisou ist dem Wasser halt nahe. Als Feuerwehrmann ist das perfekt. Bei Ninja Warrior ist das ein Problem. Und damit ist er draus. Ich habe im Parcours die doppelte Power-White-Zwilling bin. Du bist die Jungfrau, oder? Ich bin der Ninja Warrior. Stürzt da. Das ist schade. Oliver Brunner ist raus. Frau Grunner unterwegs. Aber das Cargonetz war zu weit. Schade. Schade. Oliver Brunner. Supermami. Ich schaue. Sie sind freut. Leichtfüßig. Einfach. Das ist das perfekt. Schade. Wenn man nicht loslässt, dann wird es schwierig. Es ist weg. Es ist weg. Hallo, ich bin der Sebastian, 22 und im Training habe ich mein Glück gefunden. Man glaubt es mir gar nicht an, aber ich hatte eine schwere Kindheit. Heute bin ich Parcours-Trainer und fühle mich einfach glücklich und frei und kann wirklich mein Leben leben. Sebastian Enck ist beim Tor und das ist für einen Parcours-Trainer. Jetzt darf er Ninja Warrior liegen. Wow, das hat er geschafft. Ab geht's zu den Baumstämmen. Komm, 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 komm. Ja, das hat alle Spieler geschafft. Und ich sag dir, vielleicht ärgere, dass ich nachher wegen seinem Outfit. Warum? Wenn er im Cargon jetzt ist, muss er jetzt aufpassen auf die Füße, dass die nicht ins Wasser kommen und auf sein Shirt. Ja, aber das Shirt ist okay. Aber das ist okay. Das geht. Nehme ich alles zurück? Jetzt geht's jetzt hin. Nein, nein, nein. Nein. Das ist ein Parcours-King. Macht ja kaum was anderes. Sport ist sein Leben. Fortbewegungsart mit dem Ziel, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers. Von A nach B zu kommen. Das Ziel sind wir hier oben. Und ich weiß, ich hab schon oft gesagt, den sehen wir oben. Aber den sehen wir oben. Der Lonesome Rider, der einsame Wolf nennt er sich. Ganz einsam auf den Pole-Dance-Stangen. Aber wir können's ändern. Er braucht nur zu uns raufkommen. Wir hätten jetzt gegen ein bisschen Besuch hier oben. Der Sellschafter wird uns gut tun. Und der schaut gut aus. Und er ist weit oben. Wo will er hin? Ja, ja, ja. Wo will er hin? Er spielt sich ein bisschen mit. Er muss sich halt jetzt umdrehen. Und andere Technik, schau. Er will abspringen, glaube ich. Ja. Und das hat er geschafft. Großartig. So, nur noch die Wall für den Basti. So, und jetzt lege ich mich fest. Der kommt zu uns rauf. Soll ich schon rüber gehen? Du kannst dich mal vorbereiten. Ich mach mich ready. Komm. Komm zu uns. Ja. Ja. Er ist da. Er hat's drücken. Ja. 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 Krass. Schwier, einfach oder? Alles gut. Schwierig, weil man die Inhindernisse noch nie ausprobieren hat können, aber coole Challenge. Gratulation, Sebastian, bitte schön. Hallo, ich bin der Manuel Engel, ich bin 22 Jahre alt und in der Natur zu trainieren, gibt mir alle Freude, die ich brauche. Genauso wie das Lächeln meiner Tochter. Wenn ich den Parcours laufe, werde ich mir vorstellen, ich laufe über Bäume, Gras und Wasser. Ein Naturbursche, wie er im Walde steht. Fitnessstudios mag er nicht, wird auf alles geklettert, was er so im Weg steht und er liebt Parcours und ist gut unterwegs, da ist der Fußball kein Problem. Ja, mit 22 schon Papa, also der weiß, dass es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Die hat er jetzt nur für sich allein, beim Tor. Und wie kannst du sowas trainieren? Drei- bis sechsmal wöchentlich macht er trainieren. Aber das kannst du nicht trainieren. Und er hat den Kardinalsfehler gemacht und zwar den Absprung verpasst. Und jetzt ist die große Frage, wie kommst du da rüber, wenn du da hängen bleibst? Jetzt muss er kreativ sein. Und ich sage dir, das ist fast unmöglich, dass wenn du hier mal stehen bleibst, wenn er das schafft, dann leuchtet alles zu. Er will sich wegdrücken. Aber die Efernung, die ist einfach zu groß. Aber die bewegt sich. Und er ist raus, so schade. Manuel Engel geht viel zu früh Parcours. Er schaut doch richtig glücklich aus beim Absprung. Ich glaube doch nicht, dass es ein Bergsee ist, da bei uns. Das Pool bei Ninja Warrior Austria. Thomas Schienagel, ein Isolierer. Was zum Teufel macht er Isolierer? Er isoliert natürlich. Kraftsport, Fußball, Skifahren. Das ist seit 25 Jahren sein Ding. Letzten lässt er aus. Warum? Weil er kommt. Und wenn im Publikum jemand schreit, komm Hans, gib Gas. Nicht wundern, Hans ist sein Spitzname. Warum auch immer. Danke, Peter. Ich wollte schon runterschauen und wollte sagen, der kommt zu uns. Easy, locker. Thomas Schienagel. Sehr schade. Ja! Das war eine Drehung. Sonst spätestens jetzt wird er grün der Heil. Weil jetzt ist er sauer. Zurecht. Also schwingen und springen. Rein ins Kladenmuss. Oh! Nein! Das hätte ich mir nie gedacht. Das hätte ich mir nie gedacht. Das hat so gut ausgesehen. Marcelle, was war da los? Das schafft er. Schafft er nicht. Er ist im Wasser. Er ist im Wasser. Eins, zwei, drei. Freddy ist weg. Hat sich zwar nicht gereimt, aber inhaltlich richtig. Ja, das war gut. Ich bin der Tom, bin 31 Jahre alt. Ich komme aus dem Burgenland und bin vom Beruf als Brandschutztechniker. Ja, da bin ich. Ich bin der Mike, bin 30 Jahre alt, bin aus dem Burgenland. Ich bin Versicherungsvertreter. Und es waren die besten Freienzer klein auf. Und erst die Wahlen. Also die Hobbys teilen wir auf jeden Fall gemeinsam. Das ist auch der Eindruck, da Mike pusht mich, ich pushe ihn. Das Drohnenfliegen hat angefangen, weil ich von Mike zum Geburtstag so eine kleine Minidrohne gekriegt habe. Ja, und habe dann schon fliegen können. Dann habe ich nachlegen müssen, dass ich auch auf das Level komme und besser wäre natürlich. Drohnenracing ist einfach Freiheit pur. Wenn man es eigentlich so nimmt, durch die Ich-Perspektive, hat man wirklich das Gefühl, man bewegt sich frei herum, man fliegt richtig. Freeboarden ist eigentlich Snowboarden am Asphalt. Also man kann das Brädel in einem Drift ziehen, man kann 180s, 360s machen. Man darf sich keinem Földer erlauben. Es wird halt mehr werden. Das war ein bisschen. Eindeutig. Die Vielfältigkeit in unseren Spurarten wird uns helfen bei Ninja Waller, denke ich. Wir machen so viel und von überall wird uns ein Stückchen was helfen. Und dann werden wir beide ins Finale kommen. Wir werden Ninja Warrior, weil es uns Spaß macht. Und werden wir zu zweit stärker sein als die Einzelnen. Ninja. Buddies for Life. Eigentlich so wie bei uns. Also Ninja Buddy Forever. Sendung 3 und du machst mir hier schon die Liebeserklärung. Du bist leicht zu haben. Los geht der Waldspaziergang für den Thomas. Foxy Gollasch sein Spitzname. 1,80 groß. Sollte also kein Problem sein für ihn. Ist es auch. Der Fuchs ist übers Wasser gekommen und ist jetzt beim Tor. Hakuna Matata ist so sein Motto. Also Schillig drauf. Und jawohl. Die Baumstämme. Kennt ihr vom Wald, der Fuchs. Also Baumstämme sollten kein Problem sein. Eigentlich für ihn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Der ist gut. Der ist gut, sag ich dir. Und er spielt mit dem Publikum. Klar, ein Winkel ins Publikum. Der Jana, klar, zum Vorbild, zum Michi raus. Gewunken und ab ins Netz. Ja, halte ich fest. Komm. Ja. So, und jetzt pass mir bitte aufs T-Shirt auf. Er hat sich extra einen Druck gemacht. Einen Druck bei den Haaren, dass die Jana reinbringen ins Wasser. Und auf den Hintern aufpassen. Der muss rauf. Ist oben, ist durch. Ja. Geht aus. Pole Dance, mein Freund. Pole Dance. Übrigens Brandschutz-Techniker. Er hat das Feuer da alles abgenommen vor. Also das kritisiert ihn nicht. Ja, ja, klar. Da ist er ein Profi. Ein professioneller Profi. Umgreifen. Ja. So, das geht natürlich an die Muskelreserven. Ist klar, das schaut alles sehr easy aus. Aber gerade das jetzt, das Umgreifen, das ist schwierig. Langer Weg, aber er ist weit oben. Der Fripp auf Rufs, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Und da hilft ihm natürlich die Reichweiter. Ist klar, mit seinem 80. Und er ist fast durch. Ich sag dir, er kommt rauf zu uns. Ja, das wäre doch fein. So. Komm, Thomas. Rüber und dann das Musa schaffen. Hat er. Hat er. Und jetzt komm rauf zu uns. Der Wall. 4,25 Meter hoch. Thomas gegen die Wall. Und jetzt sammel dich. Komm zu uns. Ruhig. Wir warten auf dich. Vergolde den Weg. Komm rauf zu uns. Publikum ist voll da. Und Versuch Nummer 1. Aber er hat drei. Er hat drei Versuche. Steig für eine. Gut, was der Michi macht. Anfeuern. Genau gut so. Einmal Glück blasen. Und dann rauf. Die Wall. 4,25 Meter. Ist sie hoch. Komm, Thomas. Komm, Thomas. Komm, komm. Nein. So, letzter Versuch. Er will es spannend machen. Er macht spannend. Es geht fast, wie es geht. Und er will die Wall bezwingen. So, letzter Versuch. Komm, Thomas. Nein, schaut nicht gut aus. Ah, abgewutscht. Ist das bitter. Ist das bitter. Aber schau, das sind Freunde. Ich sag ja wie bei uns. Männerfreundschaft für's Leben. Männerfreundschaft für's Leben. Richtig guter, richtig cooler Kandidat. Leider hat es nicht gereicht, weil die Wall einfach zu stein war. Aber jetzt kommt sein Vorweg. Also sein Ninja-Kompagnon, Michi Leidl, ist schon beim Sprung ins Cargo-Netz. Und er ist drinnen und er noch knapp, weil es war beim Wasser vorhin knapp. Ja. Aber der Schuh ist trocken. Kein Tropfen am Schuh. Jetzt nur nicht unten streifen. Nein, keine Gefahr. Das geht natürlich in die Bauchmuskulatur. Aber klar. Ja, warum nicht? Das ist für Tanzer. Check it, baby. Aber unterschätz niemals den Parcours. Unterschätz niemals. Er kommt mir jetzt nicht irgendwie überheblich vor. Den Parcours. Er hat einfach Spaß. Der ist hoch oben. Der ist hoch oben. Oh, das ist schwierig. 1,75. Da fehlen halt die entscheidenden Zentimeter. Komm. Es sind die kleinen Zentimeter. Ja. Im Leben. Ach, aber schau. Festgehalten. Sehr gut. Der ist noch dabei. Jetzt hoch. Auch das macht er gut. Ja, hat Füße da. Und jetzt rutscht er. Schnell rüber. Und dann möglichst schnell weg. Im fehlt der Grip. Im fehlt aktuell der Grip. Und der ist weit oben jetzt. Und er kämpft. Er kämpft. Er kämpft. So, komm rüber. Zu Mel Vector. So, Worn. Schade. Schade. Niki Leidl ist wie sein bester Buddy draußen. Schade, schade, schade. Ja, er schreit's raus. Ärgerlich. Der Ninja-Grip hat gefehlt. Nächstes Jahr wird's ja besser gewacht. Mein Name ist Thomas Straub. Ich bin 26 Jahre alt. Und trainiere täglich in meinem Paradies auf meinem selbstgebauten Ninja Warrior Parcours. Mit dem Gewinn von Ninja Warrior würde ich mein Haus renovieren, damit endlich die Oma zu uns ziehen kann und wir alle miteinander wohnen können. Diesen Lauf mache ich für meine Kinder, für meine Frau und für meine Oma. Unser Oma-Boy also quasi. Der Thomas hängt schon mittendrin im Cargo-Metz. Er hat keine gute Haltung, aber das macht nichts. Weißt du. Aber kaum einer hat sich so vorbereitet wie er. Er hat einen eigenen Trainingsparcours gebaut. Und das hat er für Ninja Warrior trainiert. Obstacle zu Obstacle nachgebaut. Ja, das hat sich ausgezahlt. Das sieht man. Der Thomas kämpft für seine Großmutter. Sein Großmutter-Sulchen quasi. Ja, ja. So storchtaktig oder wie ist das mit den Beinen? Angewinkelt, wenn es hilft? Es funktioniert. Coole Haltungsrufen auf jeden Fall. Für den Tom. Den Wutzianer. Den kannst du umfünden, dafür aufwecken. Und das Erste, was er mag, ist, er trainiert. Das ist so seine Zeit. So, er schlängelt sich durch die Polstange. Und es schaut alles sehr, sehr sicher aus. So, nur den Halt nicht verlieren. Ja. Schwingen, schwingen. Wow, Rüstenwäsche. Er ist bei der Wall angekommen. Mach die Oma stolz, komm. Komm schon, komm rauf zu uns. Erster Versuch. Und der Schatz. Jetzt noch raufkommen und dann macht die Oma Schnitzel. Wie stolz ist jetzt die Oma? Ich glaub's ja. Und nicht nur die Oma, sondern die ganze Familie. Schöne Grüße nach Hause. Schöne Grüße zurück. Du bist in der Final-Quali. Genauso wie der Martin, der Basti und der Peter. Die haben alle den Buzzer gedrückt. Aber wenn man nicht den Buzzer drückt, dann geht's um Schnelligkeit. Also, flott sein heißt's, liebe Ninjas. Hallo, ich bin der Manuel Biegl, der 28 Jahre. Und ich hab schon mal ein Outdoor-Unfehl gehabt und das war mein zweiter Geburtstag. Seitdem glaube ich an meine übernatürlichen Fähigkeiten. Wenn ich den Ninja-Parcours überlebe, werde ich unsterblich. Was für ein Blick. Gänsehaut. Komm Mario, don't stop, let's go. Sein Motto und er ist auf der Reise. Und jetzt ist er unterwegs. Ab in der Luft. Er ist drinnen. Und jetzt kommt ihm natürlich sein Outfit entgegen. Ja, weil das ist körpereng ins Wasser rutschen. Und wenn, dann ist es ein Muskel bei dem Outfit. Sehr gut. Wir sind bei Bulldance. Erste Schlange. Kann du nicht vom Feuer erschrecken? Das geht auch hier zu. Macht er gut. Geburtstag ist entscheidend. Oh, komm, komm, komm. Ja. Ist er gut unterwegs. Manuel Biegl ist auf dem Weg zurück. Aber er kämpft. Er kämpft. Er rutscht. Er kämpft. Auf der roten Fläche kriegt er Kripp. Anhalten, anhalten. Draufleibern. Aufpassen. Komm, 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 komm. Wir haben jetzt Abzug. Er ist noch im Rennen. Eins. Und jetzt ist er richtig schwierig. Und ein. Er hat so gekriegt. Ja, Bulldance ist extrem schwierig. Braucht nix zu mir. Ja. Aber Manuel Biegl hat sich gut geschlagen bei unserem Parcours. Hallo, ich heiße Patrick Apfeltaler bei 28 Jahre und mein Motto ist, bleib stark und sei dankbar. Ich werde dankbar sein, wenn ich auf den Bar saaue. Ja. Patrick Apfeltaler, 28 Jahre, Fitnesstrainer aus Reichenau. Das sollte kein Problem sein. Und der ist ja beinhart verliebt in verrückte Trainingseinheiten. Also, der herumhutzt den Gleitern, das macht er öfter. Das macht er nicht zum ersten Mal und so ist er zu Hause. So. Er nimmt von ganz oberen Abzug. Weg von der letzten Stange. Mich würde es nicht wundern, wenn der das ganze Publikum zu uns mit rauf nimmt. Hit the wall! Hit the wall! Er gefällt mir. Geil, er gefällt mir. Würde sich gut hier oben machen. Schau, wie er sich pusht. Oh, 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 oh. Stolpert. Hoffentlich hat er sich nicht verletzt dabei. Das ist gut, was er macht. Ja. Mach alles sammeln. Runter kommen. Runter kommen, kommt zu uns. Er hat uns gerade gezeigt, er kommt zu uns. Eine Hand war dran. Letzter Versuch. Wir sehen dich, konzentrier dich. Komm zu uns. Schau dir diesen Blick an. Schau dir diesen Blick an. Nein, reicht nicht. Nein, reicht nichts. Schade. Schade, schade, schade. Dann lass es uns beim Rane nennen. Scheiße. Richtig guter Typ. Patrick Apfelthaler. Aber er ist trotzdem ein Welt. Ich bin Pam Forster. Ich bin 30 Jahre alt und professionelle Freerunnerin. Ich lebe in Wien und jede einzelne Ecke, Straße oder Hindernis ist mein Playground. Mein Motto ist, willst du, kannst du. Liebe Pam, die Erwartungen an dich, die sind ganz schön hoch. Was ist deine Taktik? Gut zu wissen. Ich werde versuchen, mich auf jedes einzelne Hindernis zu fokussieren und nicht schon vorauszudenken. Möchte Step-by-Step machen und wirklich konzentriert bleiben. Das ist auf jeden Fall eine gute Taktik, würde ich sagen. Ich drücke dir die Daumen. Herr Flo, wir hätten auch nichts dagegen, wenn die Pamela zu uns kommen würde. Pamela Forster, 30 Jahre alt, aus Wien. Wir freuen uns, wie sie wird. Wir wollen sie bei uns umsehen. Und sie startet. Den Anfang macht der Fünffsprung. Sollte für sie überhaupt ein Problem sein. Und es schaut auch gut aus. Sie zeigt es uns, das ist ihr Berufung. Wenn sie was kann, dann das. Jetzt aber beim Tor. Da kommt es auf Technik an. Richtigen Absprung nicht verpassen. Ich schau wie locker. Ganz, ganz easy. Willst du, kannst du. Das ist ihr Lebensmotto. Einmal über die Baumstämme spaziert. Sehr gut. Witzst du dir der Hatschung? Wie schwitzt du denn? Hätte ich nicht gesetzt. So, Sprung ins Kack und jetzt hat sie. Hat sie. Und jetzt wird es interessant, weil sie kommt uns immer näher. Körperspannung. Bauchmuskulatur. Das war wichtig. Alles muss jetzt arbeiten. Auf die Hage aufpassen. Oh, 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 oh. Hat sie, hat sie, hat sie, hat sie. Gut, denn bei Ninja Warrior Austria ist kein Föhn erlaubt. Und das ist übrigens nicht ihr Friseur, sondern ihr Freund, der Michael. Der kommt gleich nach ihr dran. Bisschen erschrocken vom Feuer. Ich glaube, das sind nur wir, sie nicht. Ja. Sie wirkt sehr ruhig. Leichtfußig. Diese Technik hat sich anscheinend gewehrt. Ja. Wieder so. Sie holt sie die Kraft von unten. Aus den Beinen. So, jetzt muss sie jetzt sonst rüberschwingen. Aber ich mag mir gar keiner so. Nein, 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 die macht das. Die marschiert da rauf. Die marschiert rauf zu uns. Zum Spaziergang für sie. Ich kann keinen Fehler erlauben. Ninja Warrior Austria verträgt keine Fehler. Ich verliere nicht die Konzentration. Bleib fokussiert. Wahnsinnig muskulös. Ja. Ich gehe rüber. Ich gehe rüber. Bereite dich schon mal vor, Flamme. Ich gehe rüber. Die kommt zu dir. So, erster Versuch für Pamela. Lass dich feiern, Maul. Lade die Energien wieder auf, die Batterien. Bis später. Riesenrespekt. So, wir himmeln jetzt nicht mehr die Pamela an, sondern die Pamela himmelt ihren Freundin nicht hier an. Der ist nämlich der Nächste. Und steht schon bereit. Oh, tschüss. Michael Harding, 26 Jahre alt, aus Wien. Und mit dem Druck musst du mal umgehen, wenn dir die Freundin sowas vorlegt. Ja, das macht ja gut. Alles kein Problem. So, das Tor. Schafft es, kommt ja durch. Und, ja, er ist draußen. Der Fuß. Und seine Freundin, Pamela, hat es gesehen. Eigentlich haben wir von ihm Ähnliches erwartet. Aber er ist raus. Michael Harding. Das Wasser wird zum Freund. Brauchst du das Schnucki dringend an deiner Seite? Er bleibt dir ja eh erhalten. Nein, ich bin so froh, dass er mit ist. Und ich weiß, dass er das Ganze nur für mich gemacht hat, um mich zu unterstützen und mitgefahren ist. Deswegen bin ich trotzdem voll stolz auf ihn und so froh, dass er da ist. Und schade, dass das halt heute nicht gereicht hat für mehr. Aber er war da. Er hat dich angefeuert. Und du hast es geschafft. Wir sehen dich auf jeden Fall in der Finalqualifikation. Ich bin Patrick Konas, bin 25 Jahre alt und im Parcours gibt es für mich keine Grenzen. Ich habe schon die Dächer Tokios bezwungen, verrückte Sachen gemacht und dabei viele nette Menschen kennengelernt. Bei Ninja Warrior will ich die Zuschauer mit meiner Art Partik glücklich machen. Na dann bitte, Patrick Konas. Die Kleidung könnte hier jetzt ein Thema werden. Die ist sehr weit. Modisch tut's, aber für das Wasser könnte es gefährlich werden. Der Schlauhe, die Füße waren fast im Wasser, aber jetzt wird es interessant. Er darf mit dem Shirt nicht das Wasser berühren. Und das ist eng. Das ist sehr eng. Das ist eng, aber er macht das. Pole Dance. Für den Mann, dessen Lieblingsheld Bananaman ist. Wer auch immer Bananaman ist, kennt Bananaman. Ich kenne Bananacho. Bananacho ist nun die Krieg. Also das ist ein Bananacho für uns. So, er hat das erste Feuer. Das ist ein gutes Zeichen. Er ist an der ersten Stange. Er probiert's mit Ruhe. Kein schlechter Plan, ich finde. Schaut mir alles sehr, sehr sicher aus. Die Größe hat er. Um umzugreifen. Extrem lässiger Kerl. Würde sich gut machen da oben. Zwischen zwei so cool Typen, wie wir sind. Ich muss noch sagen, ich habe das Publikum noch nie so strahlen. Schau, wie der da schwingt. Schau dir den an, wie der schwingt. Jawohl. Der spricht fast direkt zu uns rauf. Die Wall muss er schon noch nehmen. Ja, aber hast du ihn gesehen? Der kommt rauf. Und wie ihn das Publikum anschmachtet die Mädels vor einem. Naja, klar. Sunny Boy. Patrick, komm rauf zu uns. Publikum ist da. Aber wir auch noch. So, Patrick. Dein erster Versuch. Jawohl. Ja, komm zu uns. Komm zu uns. Yes. Patrick. Hallo, ich bin der Mandy, 24 Jahre alt. Und mein coolster Moment war mein Catwalk auf der Vienna Fashion Week. Bis jetzt. Denn dieser Moment kurz vor dem Parcours bereitet mir richtig Gänsehaut. Oh, Mandy. Lasst das mit dem Singen, bitte. Und jetzt feuern wir den Mandy an, der sein Geld mit seinem Körper verdient. Das hilft ihm hier aber nicht. Hier muss er seinen Körper einsetzen. Und er hat das Team Mandy mitgebracht. Wie feuern wir ihn denn an? Go, Mandy, go! Na dann, go, Mandy! Wir springen schon zu den Baumstämmen. Armand Nuredini, 24 Jahre alt. Hat sich vorbereitet mit diversen Spartan-Ruelses. Zu rechts, Baumstamm. Und? Das ist überhaupt kein Thema. Mit Mentaltrainen. Also im Kopf ist er da. Die Muckis müssen jetzt mitmachen beim Sprung ins Kargant. Ich glaube, er springt, schau, wie er springt. War er im Wasser? Nein. Das unterschätzt man oft. Diese mentale Arbeit, und die ist bei Ninja Warrior besonders wichtig. Ja! Immer weiter, nirgends zweiter. Sag der schöne Armand. Stärkes Motto. Und jetzt ist er beim Pooldance. Er hat sich vorbereitet mit Tischtennis. Hilft er da als Tischtennis? Unbedingt. Was denn? Was sonst? Also für mich läuft er hier ein bisschen wie am Catwalk. Wie am Catwalk. Hat was von einem Catwalk. Und das Publikum. Natürlich, liebe Mindy. Blick an. Schau dir diesen Blick an. Aber er kämpft. Er kämpft. Er pumpt. Er pumpt. So, die ist gefährlich. Gleich ist Rutschi. Das hat er gut gemacht. Und jetzt rüber. Kripp finden. Ja, 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 ja. Das schaut gut aus. Hoher Absprung. So, weiter geht's jetzt fast nicht mehr. Also er will auf die Decke. So weit oben ist noch keiner weg. Jetzt geht's sowohl. Und dann ist er oben bei uns. Amenz. Also. Komm rauf zu uns. Wir warten. Volle Kraft voraus für den Traktor aus St. Pölten. Aber der pumpt. Boah, der ist fertig. Der pumpt. Aber voll fokussiert. Voll fokussiert. Komm zu uns. Komm, das Publikum ist da. Und nein. Die Hand war oben. Aber er pumpt nach wie vor. Kräfte sammeln. Kräfte mobilisieren. Der schafft es. Publikum. Mitnehmen. Raufnehmen. Raufkommen. Komm, Amenz. Ja. Hat er, hat er, hat er. Komm zu uns. Hol ihn ab. Der schöne Amenz. Du Traktor aus St. Pölten. Hol mal Luft, oder? Ja, auf jeden Fall. Nach dem Publikum muss ich kurz verschnaufen. Ich habe es jetzt sehr viel Klaus gemacht. Gratulation. Amenz. Wie am Kettort marschiert er da. Starker Typ. So, und wir sitzen jetzt hier quasi zu sechst, um unsere nächsten Kandidaten anzufahren. Das ist der Sebi. Und an meiner Seite sitzt die Tamara. Und Tamara, du wirkst ganz ehrlich nervöser als der Sebi. Du bist ziemlich aufgeregt, oder? Ja, bin ich. Aber warum denn? Ich meine, wir sehen ihn da schon stehen. Ein Paket voller Muskeln. Da streiten sie sich richtig um ihren Platz. Warum ist denn du so nervös? Ja, ich leide einfach mit heute. Dann würde ich sagen, du leidest jetzt nicht mit, sondern du klatschst jetzt mit. Und wir fahr' Ihnen jetzt an. So, und jetzt geht's ab für Sebastian. Der Ninja Warrior Parcours ist das echte Leben. Oh ja. Und ja, der hat Muskeln. Sebastian Horvath, 30 Jahre alt, aus dem Burgenland. Er ist beim Polder. Und wie gesagt, du musst das Paket mal oben halten. Ja. Der hat 95 Kilo, der Kollege. Der ist ein Bär. Ein Baum von einem Mann. Und schau, wo der hingeht. Er will hoch hinaus. Oh, oh, oh. Der kommt mit Ruder. Die muss er haben, der ist 1,93 groß. Schau auf die Schulter. Alles angespannt. Ja, mit dem Fuß will er reichen. Ja, auf das zieht. Das sieht gut aus. So. Und jetzt noch rüber schwimmen. Der ist gut durch. Der Sebastian. Der Sebi aus dem Burgenland ist nah dran, so wohl zu kommen. Ja, das schafft er. Ja, so. Und bei den Burgenländern hätte ich normal gesagt. Ja, die Wall, 4,25 Meter, ist vielleicht so hoch. Gott sei Dank ist der Ferksteiger. Und jetzt Kretter rauf zu uns. Hat sich schon leicht verletzt an der Hand. Aber... Oder doch, ganz kurz. Ja, ja. Die Zeit nehmen wir uns. Nehmen wir die Zeit. Und dann kommt zu uns. Und... Raus geht's. Ja, ist da. Hol ihn ab, Flo. Hol ihn ab. Hol ihn. Hol ihn. Hol ihn. Was macht ihr? Also... Ich bin der Ferner Mechel, bin 31 Jahre, komme aus Kirchberg, als Beruf bin ich Selbstständiger und habe Beemker. Es macht echt Spaß mit Bienenarbeiten, es ist beruhigend und wenn man immer ruhig bleibt bei den Bienen, dann merken sie das, dann wird man auch nicht gestochen. Und man hat immer leckeren Honig. Manche Leute sagen vielleicht oft, ich bin ein bisschen tiefenentspannt. Aber ich finde, das braucht mehr heutzutage im Leben. Die meiste Entspannung holt man sich bei uns da einfach in den Berg, weil da sind wenig Leute oben und gerade wenn man einen Wettkampf oder sowas hat, dann macht es Sinn, dass man vorher ein bisschen Ruhe hat. Ich bin viel mit meinem Sohn, auch oben mit dem Simon und tue halt da daneben bei, weil wenn er spielt, tue halt ich ein bisschen trainieren und es macht halt Spaß mit ihm. Ich glaube, ich stoff den Parcours recht gut, weil ich halt nirgends richtig ganz gut bin, aber ich kann eigentlich alles gut und genau das braucht man bei Ninja Warrior. Ja, keiner ist so entspannt wie ich und deswegen wäre ich Ninja Warrior Austria. So, Michi Taferner ist der nächste 31 Jahre aus Kirchberg, der Imker aus Kirchberg. Also, starte los, du fleißige Biene. Richtig cooles Styling, ich finde. Ja, der Bart macht's, oder? Kein Wunder, er hat ein Bad Spencer-Tischle-Darm. Okay. Dann bin ich drückt von zu Hause, die Damen. Muss passen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kein Problem für einen, der so 20 Stimmzüge mit einer Hand macht, oder angegeben. Komm, 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 spring ab. Ja, ist er. Das hat jetzt sehr einfach ausgesehen. Das hat sehr einfach ausgesehen. Er war mit dem Kopf schon beim nächsten Obstakel. Meter Lederhosen über die Baumstämme. Ideal. Also, fleißiges Dimmchen aus Kirchberg fliegt also bis dahin durch den Parcours. Jetzt schon beim Sprung ins Cargonetz. Und sehr gut. Nichts ist unmöglich für Michi Taferner. Sagt er von sich und zeigt auch bislang. Nächste Aufgabe, Poledance. Hilft dir jetzt seine Lederhose bei den Polestangen? Ja, die gibt dir Grip. Die gibt dir den nötigen Grip, glaube ich. Bad Spencer also, Poledance. Eigentlich wäre es bei uns ja nicht, Bad Spencer. Also, ich bin Terrence, ich habe blonde, hageblaue Augen. Und du von der Figur her, komm, bleib mal bei ihm. Natürlich. Jetzt also bei den Stangen. Er ist extrem sexy. Ja, kommt los. Komm rüber. Konzentriert, fokussiert, ganz sicher. Er schaut alles so easy aus. Und dann wartet nur noch der Wall. 4,25 sind zu bezwingen. Und jetzt hat er das große Glück, dass er nicht das Körpergewicht von Bud Spencer hat. Komm mal zu uns. Ja, komm, 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 komm. Alle Kraft der Welt. Und ja. Unser als Bud Spencer getarntes Bienchen ist also weiter. Der schnellste aber. Es waren einige heute bei uns. Richtig viele beim Buzzer. Und somit für die letzten fünf zählt die Zeit. Florian Goldstein, 26 Jahre alt, aus Wien. Der hat seine Frau im Gepäck. Und startet jetzt mal beim Ninja Warrior. Als Erster. Also romantischer könnte man es fast nicht sagen. Frau im Gepäck. Sehr, sehr schön. Sehr schön. So. Er hat die Brille auf. Das ist ein Durchblick nicht. Ich schätze mal, dass er besser sieht. Der 5-Bund. Ja, das schaut gut aus. Florian. Muay Thai und Kraftsport. Das sind seine Hobbys. Das ist sein Sport. Dreimal die Woche geht er hin. Hat die Freundin übrigens auch schon dreimal geheiratet. Also machen wir alles dreimal der Jurist aus Wien. Passt eigentlich gar nicht zu so. Oh nein. Nein. Wie gesagt. Nein. Ja, vielleicht macht es die Nathalie besser. Ich freue mich. Die kommt gleich als nächstes. Viel hat er nicht vorgelegt. So ehrlich muss man sein. Was ist hier raus aus dem Rucksack? Die Nathalie Goldstein. Eine Businessmanagerin. Also die kann schon mit gestandenem Herrn Tacheles reden. Wie weit kommt sie? Das Tor. Die gleiche Stelle. Vicky. Oder Mario? Frank Vicky. Zwischen den beiden Seiten. Aber romantisch sind sie. Die Goldsteins. Das ist ja schon für jeden Rosamunde Pilscher Film. Das ist wirklich die wahre Liebe, wenn man an genau der gleichen Stelle im Parkour rausfliegt. So ein Hindernis hat man leider nicht erwartet. Aber das Schöne ist, sie macht jeden blöden Fehler genauso gern wie du. Also wir wünschen euch auf jeden Fall trotzdem noch viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, danke. So, der nächste Teilnehmer ist bereit. Batman. Hallo, ich bin der Roland, bin 21 Jahre alt. Ich habe trainiert, weil ich den perfekten Körper wollte. Und jetzt bin ich hier, weil ich den perfekten Preis haben will. Der düst mit seinem Batmobile da durch durch den Patriarch. Kann die Wall rauf. Okay, wenn du das sagst. Alles gut. Wir sind schon beim Poledance. Jetzt ist die Luftkraft gefällt. Auch er sucht die Höhe bei den Polestangen. Sein Riesensportler. Begonnen hat er, weil er schön ausschauen wollte. Das ist ihm gelungen. Das ist ihm gelungen. Das ist ihm gelungen. Ja, hat er. Aber die große Frage ist, jetzt hat er den schönen Körper. Was schafft er auf Stage 1 bei Ninja Warrior Ausführen? Die Freunde, das Publikum zittert mit, aber es schaut gut aus. Ja, das macht er. Für den Roland. Sehr sicher. Der hängt da drin jetzt im Seil, dass die Spider-Man, wenn er nicht Batman wäre. Andere Technik mal. Ja, er kann sich abstoßen. Spannstoß, er macht er, macht er. Und Roland kommt zu der Wart. 4,25 Meter. Das Publikum ist wieder da. Er braucht's auch. Das ist anstrengend. Das ist nichts. Batman beginnt. Ja, da hat er. Willkommen zum Faser. Willkommen im Geroz Betti. Mr. Batman. Mit dem Batmobile einmal durch Gotham City gerast. So ist es. Hallo, mein Name ist Manuel Mugroa. Ich bin 25 Jahre alt. Man nennt mich den Brecher. And now I'm gonna break the Parcours. Jetzt muss er das Eis zwischen der Wall und ihm brechen. Kommt, kommt, kommt. Ja, der Ratz. Manuel. Ich bin die Sabine Kirchgatterer, bin 36, komme aus Ampelwang und Hunde sind meine zweite Familie. Ich bin seit über 15 Jahren jetzt Hundetrainerin und ja, es ist einfach schön mit Tieren und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Du bist der Bulli, braver. Hunde sind mir besonders wichtig. Sie nehmen uns einfach so, wie wir sind. Sie bewerten uns nicht. Egal, ob wir schlecht drauf sind, gut drauf sind. Sie kommen immer her und haben uns einfach immer lieb. Ja, toll. Ich komme ja normal von Geräteturnen, also sprich Leistungsturnen und eben auch Kraftsport und ich habe mir gezielt Übungen ausgesucht, die was mit meinem eigenen Körpergewicht zu tun haben. Ganz speziell für Ninja Warrior habe ich mich vorbereitet, indem ich meine Fingerkraft trainiere. Und jede Treppe, was ich gesehen habe, habe ich genutzt eben als Hindernis, als Parcours. Sie nennen mich den Pitbull und darum werde ich Ninja Warrior Austria. Sabine Kirchkatera bereits beim Tor. Der Mann ist auch mit dabei. Auch so ein Pitbull wie Sie. Aber Sie waren neu. Liebesbeweise im Gesicht tatuiert. Wahnsinn. So, die Brüder sich, wenn Sie gut tun. Aber da muss sie mal durch. Jetzt ist das Tor. Da hatten schon viele Frauen genau da Probleme. Sie ist durch. Der Pitbull fährt zum ersten Mal. Ja, und vielleicht bald. Bitte verschrei nicht schon wieder die Sache. Ich bin meiner Zeit mal raus. Ja. Sag ich ja. Sie ist. Alles gut. Alles gut. Auch da jetzt. Wieder. Konzentrier dich. Einmal Schwung geholt, zweimal. Sie versucht so viel wie möglich mitzunehmen. Macht sie. Macht sie. Jetzt kommt Ihre Größe natürlich zugute. 1,48. Da streifst du nicht am Wasser. Kleiner Pitbull. Aber sie kämpft tatsächlich beim Pitbull. Also nicht so hergesagt. Auf Wasser und auf die Haare. In dem Parcours verbissen. Die Haare da im Wasser landen. Ich kann mir das richtig sexy jetzt vorstellen. Wenn Sie da zum Pole Dance loslegen. Jawohl. Pitbull ist am Ball. Sie macht es wieder von oben. Leit die Klamm, geh schneller. Wie komme ich da jetzt rüber? Sie kann mit den Händen, sie kann mit den Beinen. Sie muss nur irgendwie rüber. Aber es ist eng. Schau, schau, schau. Aber ich hoffe, sie hat die Kraftreserven. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich die Reserven hat, dass sie da durchkommt. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Schau, wie die hochklettert. Das kann, kann von Vorteil sein. Das umgreifen ist ihr Problem. Ist ja ihr Ding. Sie spenkt uns auf die Besten. Und Gott will. Drama, Baby. Und Pitbull sorgt für Drama. Sie ist noch dabei. Sie sammelt sich, holt das Publikum, ich schau gar nicht, ich schau gar nicht, es ist so spannend, weil sie eine Kämpferin ist, die nie aufgibt, never give up, unfassbare Technik, unfassbare Technik, mit dem einen Bein zum anderen, ja und der Ehemann ist im Publikum und gibt Gas, was der hinschauen kann. Sie sehen, Verwandter, aber schau dir das an, Sabine Hirgatarer, überrascht hier alle, der Pitbull, also wenn sie von da oben runter springt, dann Chapeau, dann Chapeau, dann Chapeau, so jetzt ist der Ehemann gleichzeitig auch der Trainer, der die Tipps gibt, Er zeigt die Hand, muss drüber, springt gleich, sagt er, ja, rüber, rüber hat die Macht, sie hat die Macht, vier Meter muss sie jetzt rauf, bei der Wall, aber sie schüttelt schon ordentlich. Unfassbar, was Sabine Hirgatarer ja abliefert. Schau dir, der Ehemann eskaliert, denn die ist richtig gut. Sie ist 1,48 groß. Und der Blick, der sagt, ich will das! Hat viel gefehlt. Sie hat noch zwei Versuche. Bisschen Optimismus auch bei dir, bitte. Ja, du musst eher rutspielen. Ja, ja. Erster Versuch. Erster Versuch, jetzt wird es noch zweiter. So, Sabine Hirgatarer. Macht das Unmögliche möglich. Unsere Hundetrainerin. Zweiter Versuch. Sie kommt nicht auf. Sie kommt nicht auf. Mit ihren 1,48, das ist jetzt auch schon ein schöner Berg. Komm zu uns, wir glauben an. Wir warten auf dich. Komm schon. Und sie blutet, gezeichnet von Parcours. Ja, aber das ist ein Piddleger vor. Mit letzter Kraft. Mit letzter Kraft, komm auf zu uns. Nein. Schade. Aber trotzdem ziehe ich den imaginären Hut. Chapeau, Sabine. Geflatterer. Emotionskino bei Ninja Warrior Austria. Es war wirklich schon alles dabei. Bisschen Thriller. Bisschen Comedy und ganz viel Drama. Das sind unsere erfolgreichen Gladiatoren. Michi Taverner war der schnellste. Zehn weitere haben den Buzzer gedrückt. Buzzer-Festspiele. Darunter auch Pamela Forster, die war bei uns oben. Sabine Kirchgatterer war zwar nicht am Buzzer, war aber schnell. Der Pitbull ist auch mit dabei. Blut, Schmerzen, Schmerzen, aber vor allem Augen, Jubel, alles war dabei bei Stage 1. Und wer glaubt, dass die hart war, der kennt unsere Finalequalifikation nicht. Wir haben einen neuen Parcours zusammengehämmert mit fünf neuen Hindernissen. Wer am Ende den Buzzer drückt, der ist im großen Finale. Die fünf Besten mit der schnellsten Zeit, die sind weiter. Sind es weniger als fünf. Dann entscheidet sich wer, wie weit, wie schnell gekommen ist. Und wie dieser neue Parcours direkt wieder aus der Hölle ausschaut. Das zeigt uns, wie immer, der schwarze Ninja. Ninja-Reisepass einpacken, wir reisen in den Dschungel, aber bitte ohne Abkühlung. Lauf, Boris, lauf, schnell über die Chaosmeldung. Der Weg in den Himmel führt bei uns über die Himmelsleiter. Und durch die Fenster sieht man dann schon den Kamin an den Fensterbrettern entlang. Loslassen, verbunden. Und der Kamin muss nur noch zum Rauchen gebracht werden. Also, rauf und den Rauchmelder den Buzzer drücken. Und der hat richtig Lust, das sag ich dir. Das ist so ein positiver Typ, der hat richtig Lust. Also, Manuel, komm. Ja, das war gut. Das war hervorragend. Mit einer Hand ist er schon am letzten Saison. Der hat er, der hat er, der hat er. Der Mann macht Sportakrobaten. Ist ja klar, dass der das mit Stil rettet. Die Chaosbälle sind sein nächstes Thema. Eins, zwei, drei, drüber. Und wenn der immer so weitermacht, dann stolpert der noch auf den Kaminrock. Also, er pokert hier gerade an der Himmelsleiter. Erste Stange. Die Arme sind schon Butter, aber dann muss er durch. Jetzt, als sie sich irgendwie hochhandeln. Erste Arme, zweite Arme und auch die dritte Arme. Und er greift rüber zum Fensterbrett. Griffkraft, Ausdauer, Muskulatur, Schultermuskulatur. Alles jetzt gefragt. Letzte Kräfte mobilisieren. Es wartet der Kamin. Mr. Unbreakable ist sein Spitzname. Jetzt muss er da irgendwie raus. Er ist im Wasser. 1,37,5 notieren wir uns. Das kann ja am Ende durchaus von Bedeutung sein. Der Gezahlt ist wichtig. Hier hat er einfach keinen Zugriff. Und dann geht's schnell. Und weiter geht's mit Sabine Kirch-Gatterger. Unser Last-Minute-Kandidat in der Finalequalifikation. Sie hat gerade so reingerutscht in die Finalequalifikation. Aber das war ein Drama bei ihr. Schau dir das nochmal an. Sie können sich erinnern, der Pitbull. Ja, weil sie bissig ist und Lust hat auf diesen Finalparcours. Los geht's. Leichte Verletzung nimmt sie mit. In den Dschungel, unserem ersten Hindernis. Einfach heil durch Längeln. Umgreifen, wichtig, ja. Drifffraut, Balance, alles gefragt. Und das schon beim ersten Hindernis. So, es geht dazu noch in der Finalequalifikation auch um eine Zeit. Aber am ersten geht's natürlich mal, dass sie durchkommen ist. Hauptsache mal, durchkommen, das schaut gut aus im Dschungel. So, aber die hängt. So richtig speedig und zahlen ist, war es noch nicht. Aber... Aber vor allem ist die Frage jetzt. Wie kommt sie auf die Plattform? Never give up. Das ist ja auch das Motto. Wenn der schnell... Aber jetzt wird's schon langsam richtig, richtig schwierig. Die Arme schmerzen schon. Das kostet alles Kraft. Das kostet alles Kraft. Kommt sie zu den Chaos Bank. Dahinter, ihr Mann, der im Publikum zuschaut und auch fast schon alles gibt. Es verliert fast schon. Das ist, der SBN-Kandidat. Der fiebert mit. Also eins muss man schon sagen, die hat ein Löwenherz. Sabine, es war so eine Freude, dir zuzuschauen. Es hat jetzt bei Stage 2 nicht geklappt. Bist du sehr traurig? Es war eine Erfahrung auf jeden Fall und hier schauen wir mal, vielleicht bin ich wieder dabei. Also dich wird man sofort wieder mitnehmen. Es ist eine Freude, dir zuzuschauen. Und nachdem du Hundetrainerin bist, würde ich mich freuen, wenn wir mit meiner kleinen Mucke auch einmal spazieren gehen. Unbedingt. Dann darf ich dir jetzt noch eine kleine Erfischung reichen. Lass ihn dir gut schmecken. Schön, dass du dabei warst, Sabine. Dankeschön. Und weiter geht die Fahrt mit Thomas Gollasch, der Fuchs, also Foxy Gollasch. In der Vorrunde beim Cold Dance keine Probleme, aber dann war ihm die Wall ein bisschen zu hoch. Aber er war schnell. Das rote Stirnband ist drauf und dann geht's los. Auf die Reise in die Final-Quali. Er nimmt Schwung, er nimmt Tempo und ist gut unterwegs. Aber weit unten. Kuna Matata legt los. Viel Glück in der Final-Quali. Er ist schon gut. Er ist gut in 10 Sekunden. Hier geht's um Schnelligkeit. Thomas Gollasch. Er ist rüber. Ja, bist du wahrlich. Fast eine Telemark am Ende gesetzt. Mit dem Hintern. Nein, nein, nein. Das ist seine einzige Angst, die er so hat. Jetzt muss er rauf. Ich hätte eher Angst vor dieser Himmelsleiter, aber schau dir das an. Er korrigiert, er korrigiert. Und direkt drüber greifen. Nein, er will noch eine Sprosse weiter und jetzt geht's zum Fensterbrett. Er ist am ersten Tag für den Fensterbrett. Die Arme, die brennen jetzt. Aber bei ihm merkt man, er ist so... Und da muss er jetzt irgendwie raufkommen. Thomas Gollasch, der Fuchs aus Grausdorf. Sammel dich. Sammel dich und... So. Nein, nein, nein. Es ist verdammt schwer. Und das merken wir jetzt. Ja, der erste Versuch beim Raufgreifen. Wenn's da klappt, dann hätte er weitergehen können. So ist es leider vorbei für Thomas Gollasch. Aber starker Kampf für unseren Fuchs. Unser Showman betritt die Bühne. Mach es, Patrick Apfelthaler. Und der hat uns schon so viel Spaß gemacht. Ich freu mich so. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich werde euch zeigen, wer der nächste Ninja Warrior ist. Ein Wiggo. Es war die Chaos-Frage. Und schau dir das an. Er nimmt alle Emotionen mit und steht schon vor den Sprossen der Himmelsleiter. Er braucht die Show, er braucht das Publikum in seinem Rücken und legt jetzt los. Oh, aufpassen! Nein! Nein! Und da zerbricht sein ganzer Traum. So, so schade. Aber vielleicht darf er noch gucken. Wer weiß, wie viele es schaffen auf dem Kamin. Das war scheiße! Ah! Okay, da muss einer mal ordentlich die Wut rauslassen. Schau, es gibt zu mir mal eine Entspannungsmassage. Vielleicht bringt die was. Es heißt ja noch nicht, dass du draußen bist. Wir zählen jetzt einen nach dem anderen durch. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen es dir wenigstens so weit wie du. Und dann stehst du vielleicht auch du im Finale. Ja, das wäre mir geil! Dann gibt's... Das harte Training ausgezahlt! Gut. Spot on für Pamela Forster. Ihr Freund Michael Harding hat es nicht geschafft. Sie schon. Er sitzt im Publikum und drückt die Daumen. Sie stellt sich der Himmelsleiter zu. Unsere beste Frau, Finisher, 3-3-6, hat sie gebraucht in der Vorrunde. Jetzt will sie ins große Finale. Los geht's im Dschungel. Mit Spielspul. Die braucht gleich ein Seil bis zum letzten Seil. Sehr gut, sehr gut. Und da ist sie bis der erste. Und das Publikum reagiert, sieht das und ist voll bei ihr. Die Chaosbälle. Vorsicht, nicht nach hinten fallen. Die drei Chaosbälle. Eins, zwei, drei und drüber! Sie ist drüber, sie ist drüber, sie ist drüber, sie ist drüber! Glück, durchatmen, fokussieren. Weiter mal, die Himmelsleiter. Und da braucht sie jetzt ordentlich Muskelkraft. Sehr stark. Sehr stark. Und diese Hindernis hat sie extremen Respekt gehabt. Oh nein! Und zu Beginn! Banana Forster bei der Himmelsleiter. Ausgerechnet da, wo sie so Angst gehabt hat davor. Vom Himmel direkt. Und das tut uns im Herzen weh. Hättest du gedacht, dass du so weit kommst? Nein, ganz ehrlich gesagt nicht. Also ich habe vorher die Sammländer noch einmal probiert. Zwei, dreimal, es hat nie funktioniert. Und auf einmal hat es funktioniert. Und jetzt ärgert es mich fast, dass ich es nicht doch noch weiter geschafft habe. Aber man darf halt nie aufgeben. Vielleicht bist du ja noch dabei. Du könntest heute auf jeden Fall zu unseren fünf Finalisten gehören, die wir heute mitnehmen zum großen Finale. Dann würde ich aber von dir gerne einen ordentlichen Jubelschrei hören. Bis jetzt hast du dich so zurückgenommen. Gibt es dann einen richtigen Urwaldschrei von der Pam. Sie kann es ja. Sie kann es ja. So, der Bläser aus Mariasdorf. Martin Eichberger. Diesmal hat er die Trompeten übersteckt gelassen. Das war nicht so gut. Aber dafür war er sportlich. Richtig gut. Ein Finisher. Zwei, 42, zwei. Schau dir diese Anspannung schon im Gesicht an. Voll krokusiert. Martin Eichberger nimmt viel Schwung. Und das ist gut. So, jetzt hängt er da und muss irgendwie aufs letzte Seil rüber. Aber er braucht Schwung. Oder seine Beine. Eins von beiden drauf. Oba, die Beine reichen. Und er muss natürlich auch auf die Zeit schauen. Aber man sieht jetzt schon, da ist es ein richtig harter Ninja. Weil er kämpft, er probiert, er macht. Er will irgendwie durch. Im richtigen Leben ein harter Manager. Und jetzt scheitert er den hier aus. Bei Ninja Warrior Astra im Dschungel. Schade. Er hat so gut angefangen. Erstens bei seiner, kein Problem. Wenn der Schwung fällt, dann wird es schwer. Was hättest du dir gedacht, wie weit hättest du dich denn eigentlich gesehen jetzt bei Stage 2? Naja, die Bälle wollte ich auf jeden Fall schaffen. Und dann weiß ich nicht, aber ich glaube, das hätte ich dann auch noch geschafft. Und der Kamin wäre dann kein Problem gewesen für mich. Aber leider war es schon beim ersten Hindernis vorbei. Elf sind nach oben. Der nächste ist Roland Eichenglein. Ich wär's einfach. Wer soll's sonst werden, wenn nicht ich? Seine Catwoman sitzt im Publikum. Seine Freunde. Das ist jetzt eine andere Nummer. Das haben wir bislang schon gesehen. Und schau dir den an. Der hat mal Schwung genommen. Der macht's besser. Der nimmt den Schwung mit. Er ist dabei. Aber er muss rein. Und ist rein. Nein, der rechte Fuß war's. Nein. Was gibt es nicht? Und dabei hat er so gut Schwung genommen. Bitten entstürzt ab. Was war denn jetzt genau los? Du hast einen Regelverstoß begangen. Ja. Und zwar bin ich vom Seil direkt nach rechts an die Mauer gefallen. Und das gilt halt leider nicht. Nein, leider auch bei Ninja Warrior Austria gibt es ein paar Regeln, die einzuhalten sind. Wie sehr ärgerst du ihn jetzt? Schon sehr, aber ich kann damit leben. Sebastian Horvath macht sich bereit. Und jetzt geht unser Bergsteiger aus dem Burngang. Er will zum Gipfel, zum Bazaar. Ja, der Barger schon bei Stage One. Und natürlich das Ziel jetzt auch, den Bazaar zu treffen. Wir haben schon gesehen, wie er mit Schwung kommt. Der hat's am Ende einfacher. Und er nimmt den Schwung. Und jetzt nur gut übergreifen. Der ist am letzten Seil. Das Schau. Und jetzt nicht daneben. Schwung. Sehr los. Ab zu den Chaos-Bällen. Balance. Schnelligkeit. Speed. Du hast alles hier gefragt. Einfach mal schnell rüber. Komm, rüber. Ja. Er ist gut unterwegs. Bislang mit 25 Sekunden. Voll. Er ist jetzt in der Zeit. Bei der Himmelskarte. Und die Arme. Oh, gleich am Anfang Probleme. Kämpft sich zurück. Komm, kämpft sich zurück. Schwer aus. Wenn du hier schon mit einem Fehler beginnst, dann wird's schwierig. Aber er ist ein Fighter. Er darf korrigieren. Ja. Das macht er auch. Ja. Sehr gut. Gesteigert, weitergekommen. Jetzt rüber. Zur Fenster. Fang zum Fensterbrechen. Hängt da oben wie ein V und ist wieder schräg. Aber er kann rüberspringen. Macht er auch. Gut so. Er ist zum Fensterbrechen angekommen. Gut so. Übergreifen allein. Das Übergreifen. 1,07. Die Zeit notieren wir uns. Vielleicht hat er dann endlich noch Glück. Und ist dabei. Immer weiter. Nie Zweiter. Hier ist Amend Nuredini. 24 Jahre alt. Aus St. Pölten. Der schöne Amend. Jetzt also mittendrin. An der ersten Liga an. Und er nutzt ein bisschen eine andere Technik. Das Aufpasser. Aufpasser. Aber das nehmen wir. Wurscht. Egal. Er hat's geschafft. Er ist durft. Komm. Er startet wie ein Sprinter. Er startet wie ein Sprinter. Wie Usain Bolt. Usain Bolt. Mit mal aus. Er ist fort. Jawoll. Himmelsleiter. Und die Zeit nimmt er sich jetzt. Das ist gut. Weil das war bislang unüberwindbar. Die Himmelsleiter in Kombination mit dem Fensterbrett. Macht er sehr gut. Er hat noch Kraftreserven. Den richtigen Rhythmus. Er arbeitet die Schultermuskulatur. Und jetzt rübergreifen. Christoph. Sehr früh rübergekriegt. Und das ist besonders schwer. Und jetzt kommt der vielleicht schwierigste Spot. Da jetzt raufgreifen. Du hast keine Kraft mehr. Du willst eigentlich nicht mehr. Du willst irgendwie durch. Du musst da jetzt aber. Der Mann, der Kraft. Wow. So. Und nun sind wir auf dem Weg. Amen Kuredini schafft's. Weiter zum Kamin. Der Erste im Kamin. Mach es. Marschier diesen Kamin rauf und drück diesen verdammten Buzzer. Publikum ist da. Oh ja. Er lässt sich Zeit. Er macht's mit der Sicherheitsvariante. Aber alles okay. Das schaut gut aus. Erste Fashion Week. Und jetzt spaziert er diesen Catwalk. Ja, das macht er. Das ist der Erste, der den Buzzer drückt. In wenigen Sekunden den Buzzer. Ja, das ist der Erste. Wow. Also er schaut jetzt nicht mehr aus wie das klassische Model, aber er schaut aus wie ein Ninja Warrior, der den Buzzer gedrückt hat. Alles egal sein. Er ist oben am Kamin Buzzer und er hat richtig gute Chancen, dass er im großen Finale mit dabei ist. Unser erster Finalist steht jetzt hier. So sehen Siegergesichter aus. Wie fühlt es sich an, zum zweiten Mal auf diesen Buzzer zu hauen heute Abend? Ich könnte nicht genug draufhauen. Es ist so geil. Jedes Mal ein befreiendes Gefühl. Es ist unbeschreiblich. Wirklich. Und jetzt haben wir den Brecher aus St. Valentin. Manuel Mugrauer, der Maschinenbautechniker. Und die große Frage, zerbricht sein Traum von Ninja Warrior Austria oder nicht? Jetzt volle Konzentration für Manuel Mugrauer. Unserem Brecher. Er ist im Dschungel. Nimmt Schwung, nimmt Speed und ist gut dabei. So, letztes Seil. Und er ist noch im Rennen. Er ist noch im Rennen. Er hat den Dschungel mit Umwegen bestanden. Einmal kurz verirrt, aber dann den Weg zu den Chaosbällen doch gefunden. Erst, zwei, drei, drei, drei. Die Chaosbälle waren zu wackig für unseren Brecher. An den Chaosbällen zerbrochen. Und jetzt Doppelstück. Was war das Problem? Die anderen sind da drüber gerasselt. Ja, der letzte Ball war etwas schwierig. Vielleicht von vorher. Keine Ahnung. Kannst du selber eine Idee erklären. Mein Lieber, du darfst dich jetzt zu den anderen setzen. Kannst gerne auch einen Drink haben. Stärk dich mal ein bisschen und ich drück dir weiterhin die Daumen. Danke sehr. Thomas Straub ist an der Reihe. Und ich bin mir sicher, die Oma macht heute eine TV-Nachtschicht. Und ist noch vom Fernseher. Unser sympathisches Omasöhnchen. Also, jetzt vor dem Dschungel. Er schaut relativ entspannt. Und trutscht an die Riesbächtung rein. Das ging ganz schnell. Fünf Sekunden und schon ist er nass. Die Oma, da wird es ins Bett. Ja, mein Lieber, ich muss jetzt dazu sagen. Und ich weiß, das wird dich jetzt nicht glücklicher machen. Aber du kennst die Regeln bei Ninja Warrior. Das heißt, wenn du so früh ausscheidest, sind deine Chancen, dass du zu den besten Fünf gehörst? Gleich Null. Ich weiß, deswegen bin ich auch so enttäuscht. Also, die weiblichen Fans werden wieder in Wallungen versetzt. Denn es kommt Jonas der Barbar. Unser Sunnyboy aus St. Pölk. Dem traue ich alles zu. Ist für mich der geheime Favorit heute. Einer der Finisher aus der Vorrunde. Schau dir diesen Schwung an. Ja, der hat's eilig. Der ist echt schnell unterwegs. Bei ihm sah alles, auch in Stage One, schon so spielerisch aus. Die Chaos-Bälle. Konzentration, nur kann er. Ja, ja! Nächster Niederläs hilft bestimmt viel, also gut. Er macht Capoeira und Slacklining. Also gerade Capoeira. Brasilianische Kampfkunst, die kann dir da helfen. Koordination. Er darf korrigieren, macht auch. Er darf wieder korrigieren, macht auch. Aber das kostet Kraft. Das ist seine Technik. Der mag das so machen. Oder das ist seine Technik. Er ist auf jeden Fall mal schon am Himmels-Tor. Er ist schon an dem Fensterbretter. Reicht über. Hat den Körper in Spannung. Und die Zeit, schau auf die Zeit, die ist richtig gut. Aber jetzt wird's schwierig. Der wird schwierig. Aber Adem, der Kamin ist in Sichtweite. Kommt jetzt drüber. Kürt Konas den Baba an. Nur keinen Fehler jetzt. Und dann mach es. Kommt, mach es. Und er hat Zeit. Er hat knapp 40 Sekunden, um die Bestzeit von Ament zu schlagen. Also konzentrier dich. Also von der Zeit ist er schon im Finale. Aber es ist egal. Der will raus. Der kommt sowieso ins Finale. Aber der drückt den Buzzer. Und ich sag sogar mit Bestzeit. Er ist oben. Und jetzt drückt das verdammte Dirk. Drückt ihn. Drückt ihn. Danke. Willkommen. Konas, der Baba. Der hat sowas von abgelepert. Woo. Chapeau. Unter zwei Minuten. Chapeau. So sehen Sie aus. Es werden ein paar weibliche Fans dazukommen. Da bin ich mir sicher. Nach dem heutigen Gast. Merken Sie sich Patrick Konas. Einnimm ich, award. So, der nächste, der rauf will. Sebastian Enk zum Sunny Boy. Er wirkt sehr locker. Das kann ihm helfen. Ja, meine Vergangenheit war nicht leicht. Aber durch die Sportart habe ich einfach unter anderem neues Leben entdeckt. Und wo ich mich entfalten kann. Und jetzt arbeite ich darauf hin, nächstes Ninja Warrior Austria zu werden. Ja, mein Freund, das wollen Sie aber alle. Also, abhiechen. So, im ersten Seil. Im zweiten Seil hat er auch schon. Und ab zum dritten Seil. Der ist unterwegs. Das war ein Kurzurlaub im Dschungel. Sebastian Horvath sitzt jetzt draußen und schaut sich das genau an. Denn der ist am Schleuderstuhl. Und für Sebastian Enk werdet um die Chaosbälle. Also, Sebastian Enk nach 18 Sekunden raus. Was war denn jetzt das Problem bei den Bällen? Gute Frage. Also, ich habe einfach körperlich einfach versagt. Weiter geht's mit Peter, unseren Schmuse-Löwen. Dieser Peter, der Lion ist jetzt dran. Doch diesmal verzichtet er auf das Küsschen. An der Plattform. Der beginnt den Schmuck. Passend für unseren Löwen. Sollte kein Problem sein. So, Tarzan ist sein Lieblingsheld. Das kommt noch dazu. Er ist aufgelegt, dass er den Dschungel raucht. Und er ist raus. Bisschen Schwung noch sammeln. Aber er braucht noch Schwung, sonst wird's nichts. Tarzan genießt es einfach. Obwohl, er tut sich dann doch schwer etwas zu holen. Schwer. So, Tarzan braucht die richtige Taktik. Komm schon. Komm Peter. Jetzt beißen. Er findet den Absprung nicht. Es ist auch verdammt schwer. Es ist so verdammt schwer. Und er lässt der volle Zeit liegen. Jetzt probiert er es mit Schwingen. Aber er bekommt den Schwung nicht richtig. Jetzt ein bisschen. Er ist unsicher. Er weiß nicht genau, was er machen soll. Oh nein. Das ist besonders bitter. Unser Löwe verirrt sich im Dschungel. Peter Wieser scheitert im Dschungel. Sehr, sehr schade. Also, Mogelwieser, keiner. Es ist der Peter. Im Dschungel hat's sich rausgehaut. Du hast dann einfach keinen Schwung mehr gehabt beim letzten Seil. Kannst du dir das erklären? Kannst du's mir erklären? Ja, es war einfach das Timing falsch. Du musst das richtige Timing erwischen, damit du immer bei allen Dreien den gleichen Schwung mitnimmst. Und ich hab den zweiten zu früh losgelassen. Und dadurch hat man halt den letzten Pendler nicht, kann man nicht mehr mitnehmen. Und der Schwerpunkt zieht dich dann halt einfach gerade. Da bringst du keinen Schwung mehr drauf. Aber die gute Nachricht ist, du warst bei Stage 2 bei Ninja Warrior Austria und deine Fans warten schon hier hinten. Und die freuen sich jetzt schon wahnsinnig, wenn sie ihren Beta wieder bei sich haben. Er hat's immerhin so weit geschafft, oder? Team Super! Unsere Biene aus Kirchberg, der Imker. Michael Taverner, er war der Schnellste in der Vorrunde und will jetzt die Finalqualifikation rocken. Ein Plätzchen hätten wir noch. Sebastian Horvath sitzt momentan im Publikum quasi am heißen Stuhl. Und kann von Michael Taverner rausgekickt werden. Jetzt ist er im Dschungel und der ist hoch oben. Das direkte Duell also. Und hat aber nicht rausgelassen. Oh, 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 oh. Aufpassen! Ist noch dabei. Aber jetzt muss er raus. Stark mit Bart. Stark mit Bart. Stark durchgekommen. Aber den Start hätte er sich sicher anders gewünscht. Klaus Belleser. Er kommt durch. Klaus Belleser. Auch das war zicklig. Auch das war zicklig. Hat er sich wieder gefunden? Fremelsleiter. Die Grauzahle. Schau dir die Arme an. Mit Kraft. Klettern macht er. Also das sollte er eigentlich können. Und das kann er. Das kann er. Schau wie der rauf war. Schau wie der raufmarschiert. Er ist beim ersten Fenster. Die Zeit ist gut. Und greifen aufs zweite Fenster. Michael Taverner beim zweiten Fensterbrett. Und er hat noch Kraft. Das sieht man. Er muss jetzt rüber. Aber dem trau ich's zu. Weil er hat die Power. Kommt da rauf. Kommt da rauf. Nein. Michael Taverner scheitert beim zweiten Fenster. Die Zeit war aber sehr, sehr gut, Mario. Wie konnte das passieren? Ich muss dich das so fragen. Ja, zu wenig schmalt's halt einfach. Da muss man mehr trainieren. Und dann geht's vielleicht beim nächsten Mal. Also bei dir bin ich bei mehr trainieren jetzt nicht so ganz sicher. Aber mein Lieber, du willst jetzt natürlich wissen, warst du unter den besten fünf, warst das nicht. Und naja, ich muss dir das halt jetzt sagen, wie sie ist. Du bist im Finale! Jawohl! Ja! Patrick Konas war heute das Maß aller Dinge. Jetzt heißt es, alles aufladen, was der Ninja-Hacko noch hergibt. In ein paar Wochen geht's weiter im großen Finale. Was für eine Show! Wir sind heute Menschen über ihre Grenzen gegangen. Wir wurden Zeugen von unfassbaren sportlichen Leistungen. Und das Schöne an der Sache ist, die Suche geht schon nächste Woche weiter nach dem härtesten Österreicher. Und wo geht sie weiter? Eh klar, hier bei uns auf Puls 4. Da gibt's dann die nächste Folge Ninja Warrior Austria. Und wir, wir sehen uns hoffentlich wieder. Und nicht vergessen, keep Ninja-Freunde.